Hi, ich bin Marc und heute habe ich eine sehr bunte Top Ten für euch. Meine Top Ten queere Romane, die man 2022 gelesen haben muss. Und wir starten mit The Music of What Happens von Bill Koenigsberg. Max und Jordan haben nicht viel miteinander zu tun. Während Max Sport und Videospiele liebt und gern mit seinen Jungs abhängt, ist Jordan eher introvertiert, schreibt Gedichte und trifft sich mit seinen beiden besten Freundinnen lieber in der Mall. Erst als sie gemeinsam im alten Foodtruck von Jordans Vater arbeiten, lernen sie sich besser kennen. Und ganz langsam merken die beiden, dass zwischen ihnen vielleicht ein bisschen mehr ist als bloß Freundschaft. Tja, manchmal braucht man nur einen einzigen Menschen, um sich selbst zu finden. Der Autor Bill Koenigsberg, geboren 1970 in New York, ist ein mehrfach ausgezeichneter US-amerikanischer Autor, der vor allem durch seine LGBTQ-Romane bekannt wurde. Er lebt mit seinem Mann und zwei Labradoodles außerhalb von Phoenix in Arizona. The Music of What Happens ist sein Debüt im One-Verlag. Und weiter geht's mit Bitten by Mistake von Annabelle Jacobs. Von Feindseligkeit zu sengender Leidenschaft innerhalb eines Mondzykluses. Aber kann so eine Verbindung überleben? Nun, das Rudel bedeutet für den Wolfswandler Nathan Cole sein ganzes Leben. Er vermeidet es, Kontakte außerhalb des Rudels zu knüpfen und bevorzugt Menschen als Sexpartner nur deshalb, weil die Gefahr gering ist, sich an sie zu binden. Doch als er auf Jared Taylor trifft, wird nahezu jede Regel in seinem Leben über den Haufen geworfen. Nach einer schlechten Erfahrung ist Jared Taylor sicher, dass er nie wieder etwas mit einem Wandler anfangen wird, egal wie sehr derjenige ihm unter die Haut geht. Und obwohl er Nathan extrem heiß findet, kann er ihn nur als arroganten, dominanten Bastard sehen. Ein katastrophaler Fehler zwingt Nathan und Jared aber dazu, bis zum nächsten Vollmond in der Nähe des anderen zu bleiben. Und es dauert nicht lange, bis sie die starke Anziehung, die zwischen ihnen besteht, einfach nicht mehr ignorieren können. Die Leidenschaft siegt über den Verstand und ihre Beziehung geht in einen Schritt weiter, den sie beide nicht geplant haben. Doch wenn der nächste Vollmond kommt, könnte sich alles schon wieder ändern. Tja, über die Autorin konnte ich allerdings noch nichts herausfinden. Da geht es jetzt direkt mit dem nächsten Buch weiter. Blue Boy Bullet von Garrett Lee. Levy Ramon hat nur aus einem einzigen Grund angefangen, im Porno-Business zu arbeiten. Er musste Geld verdienen, um die horrenden Spielschulden seiner Mutter zu bezahlen. Nach sieben Jahren ist er mittlerweile ein Veteran im Porno-Geschäft, bekannt als einer der rücksichtlosesten Tops der Blue Boy Studios. Aber das ist, bis sein Boss ihn anspricht, dass es Zeit ist, mal etwas Neues zu zeigen. Und hier kommt dann Sonny Valentine ins Spiel, einer der Tänzer im Silvers. Ein Mann, den Levy übrigens schon seit Jahren heimlich begehrt. Und nun soll ausgerechnet der der dritte Mann in einer Szene sein, die für Levy einen Albtraum darstellt. Aber die Dinge könnten kaum schlechter laufen, oder? Naja. Garrett Lee ist ein preisgekrönter britischer Autor, Coverkünstler und Buchdesigner. Ihr Debütroman Slide wurde bei den Rainbow Book Awards 2014 als bestes bisexuelles Debüt ausgezeichnet. Und ihr polyamoröser Roman Misfits war Finalist bei den Lambda Awards 2016. 2017 war sie mit Rented Heart erneut Finalistin. Und 2017 gewann sie mit ihrem Militärroman Between Ghosts den Epic Award in Contemporary Romance und mit ihrem Roman What Remains die Kategorie Contemporary Romance bei den Bisexual Book Awards. Weiter geht's jetzt mit Kompromittiert von Ethan Stone. Officer Daniel Kasheroff ist Single, schwul und arbeitet in einem Hochsicherheitsgefängnis. Nicht der beste Job, um geoutet zu sein, oder? Nach schlechten Erfahrungen in einer vergangenen Beziehung würde er sich gern wieder verlieben, glaubt aber nicht dran, dass das jetzt so bald passieren wird. Mit Zane Davis zusammenzuarbeiten stellt aber Kashes Leben dann auf den Kopf. Sie sind erst Kollegen, werden dann Freunde und lassen sich schließlich auf ein Verhältnis ein. Aber ihre Beziehung ist jetzt weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und während er sich mit seinen Beziehungsproblemen rumschlägt, freundet Kashe sich auch mit einem Häftling namens Cody Ivey an. Persönliche Nähe zu einem Insassen verstößt übrigens gegen die Regeln, aber Kashe ist von der Unschuld des jungen Mannes überzeugt. Und schon bald engagiert er sich dafür, diese zu beweisen, selbst als er dadurch sein eigenes Leben gefährdet. Und alles, was ich über diesen Autor herausfinden konnte, war, dass er in Salem, in Oregon, in den Vereinigten Staaten geboren ist. Das ist aber auch leider alles. Aber es geht ja direkt weiter mit Gay for Pay von T.M. Smith. Eine Nacht, ein Fehler verändert alles. Das hat man ja schon mal gehört. Und Chris Allen Roberts verliert alles, was ihm irgendwas bedeutet hat. Seine Freundin, eine vielversprechende Zukunft als Footballspieler, ein Stipendium, seine Familie. Nur sein bester Freund Michael gibt ihm noch Halt. Und Chris zieht dann mit Michael und dessen Partner nach New York. Und dort findet er durch Zufall ein Jobangebot. Beim Erotik-Label All Cocks. Naja, Geld ist Geld, denkt Chris. Und wie hart kann es schon sein, einen anderen Mann zu vögeln? Lincoln Carter ist einer der Stars bei All Cocks. Und als er die Neuentdeckung Chris zum ersten Mal sieht, will er nichts mehr als eine Szene mit ihm drehen. Doch ihm wird dann ganz schnell klar, dass Chris Gay for Pay ist. Und dass einer in seiner Vergangenheit ein düsteres Geheimnis hat, dass es Chris unmöglich macht, sich für irgendjemanden zu öffnen. Oder etwa doch nicht? Naja. Die Autorin ist ein Militärgeher, geboren und aufgewachsen in Fort Benning in Georgia. Und Smith ist ein begeisterter Leser, der zufälligerweise süße und sexy Schwulenromane schreibt. Sie ist eine Texas-Transplantation und nennt Justin Texas jetzt ihr Zuhause. Smith ist eine alleinerziehende Mutter von drei verstörend offenen und ausgesprochen unterschiedlichen Kindern, von denen eines autistisch ist. Neben ihrem Schreiben setzte sie sich leidenschaftlich für Autismus und LGBT-Rechte ein. Denn, wie sagt sie so schön, im Ernst. Liebe ist Liebe. Und weiter geht's mit Fake Out Home Run für zwei von Eden Finlay. Es gibt einen einfachen Grund, warum ich nur selten nach Hause fahre. Ich bin ein Lügner, heißt es in dem Buch. Maddox O'Shea sitzt in der Klemme. Und mit der Heirat seiner Highschool-Freundin zu entgehen, hat er einfach mal behauptet, schwul zu sein. Und jetzt, fünf Jahre später, ist er zur Hochzeit seiner Ex eingeladen, mit seinem Freund. Doch den gibt's ja gar nicht, denn Maddox ist ja heterosexuell. Also muss ein Alibi-Freund her. Nur widerwillig lässt sich dann Damon King von seiner Schwester dazu überreden, den Partner von Maddox zu spielen. Aber wie heißt das so schön, eine Hand wäscht die andere. Und Maddox kann mit seinen Beziehungen Damons Karriere als angehender Spieleragent mal richtig in Schwung bringen. Und außerdem, 48 Stunden Pseudopaar, wie schwer kann das schon sein? Doch die Scharade hat ungeahnte Folgen und die beiden müssen sich fragen, warum sie einander nicht mehr aus dem Kopf gehen. Fake Out Home Run for 2 ist der erste Band der fünfteiligen Fake Boyfriends-Reihe der Autorin Eden Finley. Jedes Buch ist in sich abgeschlossen und kann auch als Einzeltitel gelesen werden. Aber ich habe trotzdem den ersten rausgesucht. Denn um alle Nebengeschichten zu verfolgen, empfiehlt es sich nämlich, die Bände in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Eden Finley schreibt heitere Liebesromane voller Herz, die sich wunderbar für kleine Fluchten aus dem Alltag eignen. Ihre Bücher entstehen meist aus irgendeiner total verrückten Idee. Ursprünglich schrieb Eden auch in vielen anderen Genres, doch seit 2018 hat sie in der Gay Romance ihr Zuhause gefunden. Eden lebt mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn in Australien. Und da freut es mich dann noch mal in den englischsprachigen Kanälen, nämlich da viele Fans aus Australien. Und weiter geht es jetzt mit Ein Dämon fürs Herz von Luisa Masters. Er arbeitet für Lucifer. Allerdings ist das weder so cool noch so satanisch, wie es klingt. Und ist auch nicht der coole Lucifer aus der Fernsehserie. Tatsächlich ist er aus Versehen in diesem Job bei der Community of Species Regierung gelandet. Und wenn man es genau nimmt, ist er als Büromanager nur ein besserer Babysitter, der eine Horde Schifter und Dämonenagenten im Zaum halten soll. Also keine leichte Aufgabe für ihn als einzigen Mensch im Team. Außerdem verbringt er sehr viel Zeit damit, Gideon Bailey aus dem Weg zu gehen. Dem Dämon, mit dem er kurz vor seinem Arbeitsantritt bei der CSG zufällig mal im Bett gelandet ist. Doch der ist immer noch stinksauer auf ihn und er möchte sich jetzt nur ungern von dem ermorden lassen. Aber irgendwie müssen sie sich dann doch zusammenraufen. Vor allem jetzt, wo immer wieder schwangere Frauen verschwinden. Es geht das Gerücht, dass jemand genetische Experimente mit ihnen durchführt. Und diesen Fall aufzuklären ist definitiv wichtiger als die sexuellen Spannungen zwischen Gideon und unserem Protagonisten. Doch dann passiert plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Was es ist, findest du nur raus, wenn du das Buch liest. Die Autorin Louisa Masters hat früher mit dem Lesen von Liebesromanen angefangen, als nach Meinung ihrer Mutter es nur ein bisschen früh war. Und während sich andere Teenager nachts aus dem Haus schlichen, schmuggelte Louisa tagsüber Liebesromane rein. Und als Erwachsene wollte sie erst einmal einen vernünftigen Beruf ergreifen und hat dann als Buchverkäuferin im Personalwesen, im Ressourcenmanagement, in der Verwaltung oder auch als Reisekauffrau gearbeitet. Inzwischen hat sie aber ihre Leidenschaft, das Lesen und Schreiben von Unterhaltungsromanen, dann doch zu ihrem Beruf gemacht. Louisa führt eine lange Liste von Orten, die sie in ihren Büchern entdeckt hat und die sie gern einmal besuchen möchte. Sie reist gern, um ihre Vorstellungskraft zu beflügeln, auch wenn sie sich niemals an den Jetlag gewöhnen wird. Ihr Zuhause ist Melbourne und obwohl sie häufig über das australische Wetter jammert, ist sie insgeheim sicher, dass sie da niemals wegziehen wird. Und weiter geht's jetzt mit 15 Tage sind für immer von Vitor Martens. Der 17-jährige Philippe ist nicht mollig oder hat schwere Knochen. Nee, er ist da ganz realistisch. Philippe ist dick. Willkommen im Club. Deswegen braucht er auch niemanden, der ihn daran erinnert, was seine Mitschüler jetzt trotzdem nicht davon abhält, das dauernd zu tun. Aber zum Glück sind ja bald Ferien. Endlich Ruhe und Zeit für Philippes Lieblingsbeschäftigung. Serien schauen und ganz viel lesen. Aber dann kommt alles ganz anders, denn seine Mutter eröffnet ihm, dass Nachbarsjunge Caio die nächsten 15 Tage bei ihm wohnen wird. Und Philippe ist verzweifelt, denn A ist er total in Caio verliebt, seit, naja, immer. Und B ist Philippes Liste an Unsicherheiten unendlich lang. Wie soll er da bloß die Ferien mit seinem Schwarm überleben? Der Autor Vitor Martins lebt in Sao Paulo in Brasilien und arbeitet als Autor und Illustrator. Sein Ziel ist es, in seinen Büchern die Geschichten von Menschen zu erzählen, die sich selbst noch nie in einem Buch repräsentiert gesehen haben. Und Vitor ist davon überzeugt, dass Young Adult Bücher damit dann auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten können. Auf seinem Instagram-Kanal spricht er über Bücher, Popkultur und Illustrationsthemen. Und weiter geht's mit Omega erforderlich von Dessa Lux. Der Alpha-Werwolf Bo Jeffries geht seiner eigenen Wege, nachdem er als Teenager aus seinem Rudel verwiesen wurde, weil er einem Menschen geholfen und damit die Geheimnisse des Rudels gefährdet hatte. In einer Zeit, in der die Menschheit die Wahrheit über die Existenz der Werwölfe ja erst noch lernen musste. Und jetzt soll er der erste Werwolf sein, der in einem speziellen Programm seine Zeit als Assistenzarzt absolvieren darf. Doch für ihn gelten Regeln, denn ohne Rudelzugehörigkeit muss er verheiratet sein. Der Omega-Werwolf Roland Lear versucht nur zu überleben. Nach der letzten und schlimmsten Beziehung in seinem Leben hat er einen Unterschlupf in einem Haus für heimatlose Omegas gefunden. Doch es geht ihm jetzt von Tag zu Tag schlechter. Als ihm das Angebot gemacht wird, sich bei einer Dating-Agentur anzumelden, ist er der Meinung, dass er mal eben nichts zu verlieren hat. Man kann es ja auch mal machen. Als Bo dann Rolands Profil sieht, weiß er auf Anhieb, warum es dem Omega so schlecht geht und er sieht sich verpflichtet, ihm zu helfen. Wenn er Roland überreden kann, ihn zu heiraten, kann er Rolands Leben retten. Und Roland kann ihm helfen, den Platz an der Klinik zu bekommen. Aber kann eine Beziehung, die aus Vernunftgründen entsteht, auch zu echter Liebe führen? Wir werden sehen. Dessalux hat eine eigene Webseite, aber trotzdem war über die Autorin nichts herauszufinden. Also die schreibt da einen Blog, aber über sie erfährt man da gar nichts. Aber ich habe ja noch den guten Abschluss jetzt und das ist nämlich Griffin und Quincy. Gegensätze ziehen sich an von A.D. Ellis. Liebe, Geborgenheit und Fürsorge waren für Griffin immer Fremdwörter, bis er durch seine neuen Pflegeeltern und Quincy ihre Bedeutung erfahren hat. Als der verängstigte und schmächtige Griffin bei ihnen einzieht, wird Quincys Welt auf den Kopf gestellt. Trotz einem holprigen Start werden die beiden schon bald unzertrennliche Freunde. Die Pubertät offenbart jedoch eine unerwartete Anziehung zwischen den beiden, die während der Highschool immer intensiver wird. Ist es die ungezwungene Collegezeit wert, zehn Jahre Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Oder besteht sogar die Chance auf was viel Besseres? Und die Autorin ist die Mutter von zwei Teenagern, gelernte Lehrerin und hat in den letzten sieben Jahren über 50 Bücher geschrieben. Sie lebt in Indianern in den USA und lehrt in Indianapolis. Sie hat ihr erstes Buch 2013 geschrieben und 2014 veröffentlicht. Und ich mache jetzt auf diesem Kanal ein paar ganz kleine Änderungen, damit ihr nicht immer so ganz lang warten müsst und vielleicht, weil ich habe jetzt mal ein bisschen mit Shorts rum experimentiert auf anderen Kanälen und dachte mir, das ist auch was hierfür. Und deswegen gibt es jetzt bald auch Buchempfehlungen in 60 Sekunden, wo ich euch einfach mal einen Schnelldurchlauf gebe. Und das wird unter der Woche dann sein, dass ihr am Wochenende längere Videos bekommt. Aber unter der Woche dann Shorts. Und so können auch andere schneller den Kanal kennenlernen und auch mal ein paar Bücher. Ich werde dabei versuchen, jede Woche in einem Genre zu bleiben oder im Fall der ersten Woche in einer Serie. Und damit das so ein bisschen zusammen gehört, also lasst euch überraschen. Und wenn ihr jetzt direkt noch ein weiteres Video sehen wollt, ist es direkt hier im Endscreen. Ich sehe euch gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020